hey leute willkommen zu meinem video auf meinem kanal und heute zu einer challenge heute wird er hier das serbi hinter der kamera blind schießen und er hat fünf versuch wir haben neun lautsprüche gemacht eingestellt dass man uns besser hören kann und der klumpel nicht gehen ok leute auf jeden fall serbi wird dann schießen blind und sorry dass ich so schreien muss mein mikrofon spinnt auf jeden fall muss fünfmal blind schießen und wenn er zwei macht kriege ich einen nacken klatsche wenn er weniger zwei macht er und jetzt ein kurzer kart so leute andere perspektive jetzt ich mache dann ihr habt ihr schon die regeln von rafael gehört von versuche zwei muss ich treffen wenn ich nicht zwei muss ich bestrafung und wenn mich zu erschaffen ja ja ok ich glaube nicht und man ist schon auf den punkt let's do it also hat man mich gesehen ganz toll weil ich dich nicht ja ich auch nicht ja ok äh kann man nicht katt machen ja katt schon aber früher auch nicht ok machen wir die fünf versuche jetzt und dann ist hier schon die challenge vorbei leider und dann steht es doch wieder und dann steht es doch wieder jetzt ist es zu ich spanne ich ja wo ist er oh ganz knapp verwalte hinter dir du hast ihn beruhen Ja, schneid noch ein Stück weit davor. Du hast dich fast getroffen. Wenn du jetzt geradeaus läufst, nein, nicht da, hinter dir. Hinter dir. Geradeaus, ja, jetzt hast du ihn berührt. Jetzt, nein, das machst du. Jetzt, geh nach, nein, andere Richtung. Ja, nein, ein bisschen nach links. Du hast es von mir aus gesehen, das ist von dir bei dir rechts. Rechts, 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 an Lauf und dann Schuss. Nein, ich kann das auch nicht treffen, Alter. Der Mann ist hier noch vor dir. Wo war ich da? Zweiter Versuch. Okay, let's do it. Okay, let's do it. Okay, let's do it. Okay, let's do it. Fällig? Ja. Noch weiter. Alter, wenn du jetzt dein Bein nimmst und es trittst. Alter. Tor! Nein, fahrt. Ich fahr schon, Mann. Okay, er hat immer recht gebraucht. Jetzt muss er beide treffen. Hey, Leute, kurze Pause, Mann, Alter. Halt drin, ich kriege mir richtig schwer Luft und es ist so heiß, Mann. Boah. Cut. Ja, und jetzt gibt es eine kleine Unterbrechung mit einem Cut. Gleich geht's weiter. So, Leute, mir war es jetzt gerade richtig schwindelig. Ich trinke nach der Challenge mal was. Was haben wir dabei? Was haben wir dabei? Wasser. Wasser, Alter. Wasser ist gut. Gut, Sport. Okay, fang an, Mann. Alter, da ist der Bein, ey. So, jetzt mache ich mit Karne. Hallo? Eins, drei, drei, sieben. Fertig? Ja. Gut, gut, jetzt hat er verloren. Ja. Mit drei Füße. Nee, waren schon. Ein, oder? So. Ja, jetzt muss er machen. Okay, darf ich mich dann schüssen machen? Ja. Augen auf. Ja. Okay, Leute, Planänderung. Ich muss auf der Sprechmann hört sich ja gar nicht. Ja, okay, Planänderung. Ich habe es gehabt, damit ich hier stecke fast schon. Und ich kriege fast einen Hitzeschlag. Jetzt werde ich Entfernungsschüsse machen, also von weiter weg. Aber dafür ist ohne Augen zu. Ja. Oder was wir ganz einfach machen, ohne das einfach zu Augen zu haben. Ja, schieß einfach von daher, dann sieht man dich doch. Ja, stimmt. Ich vergesse. Okay, ich mache den Schuss hier. Okay, hier. Ja. Und jetzt falle ich. Du kommst, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Ja, mach. Oh, der zieht jetzt hin mit, Anna. So, Leute, jetzt hat er auch verloren. Ja. Und ja, das war's von der Challenge. Mach's gut. So, jetzt kommt die Bestrafung. Jetzt kommst du kleiner Karmacken-Tupia. Runter, Alter, runter, runter. Junge, was machst du denn? Du ziehst deinen Knack ein, du Pisse. Du bist der Karmacken-Tupia. Du bist der Karmacken-Tupia.